also alles bis dahin okay jetzt mal also es wird auf jeden fall eis sein also eis so dann muss ich hier einmal den machen ok aber erst mal so weit wie es hier ausschaut schneller verstehe ja ok also dann da dann da dann darunter blitz schießen dass das dass die spule hier getroffen wird hier drüben machen damit es hier rüber springt und das deaktiviert also hier ist ein elektro so hier ist dann einfach einmal einmal feuer und dann feuer 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 das ist wahrscheinlich auch nur temporär ja dann muss der erstmal stehen bleiben damit er abprallt und nachdem er abgeprallt ist weg machen damit er hier lang fliegt schneider rein porten hier hinstellen warten bis er vorbei ist schon hier rüber so während er schon rüber geht schnell den aufladen und hier zurück damit ich mich hier hinstellen kann das ist wahrscheinlich schon richtig eingestellt ja ja ok ok habe ich verstanden es wird sicher kein first right das bezweifle ich sehr stark nein zu spät ok vor allem wenn es dann hier scheitert werde ich mich mich ärgern das breathe ich das so dass es auf die seite geht Er muss so rum Und ich muss warten Bis er da rum ist Okay Moment mal Hopp 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 So Okay Das sollte lang genug auf sein Sollte Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht auch timen muss Ja, okay Hopp Ey, hopp habe ich gesagt Nein Ja, ist vorbei Weeeee Okay So So ich habe den vergessen mein bin ich deppert oh 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 Komm. Nein. Das kann dauern. 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 Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt bei dem Boss sind. Omega ist immer schlecht. Das kann dauern. 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 Oh. Moment. Das ist jetzt ganz schlecht. Das ist jetzt ganz schlecht. Was? Der alleine ist schon zu viel. Das kann dauern. 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 Hat er eine Schwäche? Feuer. Okay. Ja. Gut, wenn man mal ein bisschen Zeit hat, diese Angriffsmuster zu sehen, merkt man tatsächlich, dass der ja nur Eis und Welle macht. Wer weiß, ob der fertig ist. Uh! Das wäre ja zu einfach gewesen. Kann ich wieder so ein Turret kommen? Der Angriffsmuster ist wenigstens berechenbar. Okay, du, wir fährten das tatsächlich auch. Aber dann ist es meist nur einer. Was? Moment mal. Hey, 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 hey. Jetzt mal. Alle Elemente ist es aber ein bisschen. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah ah. Ich muss mal. Was ist ein Kressel? Ah, ah. Ah Oh 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 Komm unstirt ok ok Das war's. Das war's, was du bist, was du ganz schön nackt. Das war's. Okay. 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 Das war's für heute. Ich schätze, wir haben die Spitze des Turms erreicht. Okay, wir speichern mal und ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei ChrisCode, was vielleicht das Finale sein könnte, ich weiß es. Tschüss. Ich schätze, wir haben die Spitze des Turms erreicht. Ich schätze, wir haben die Spitze des Turms erreicht.